Heute ist Heiligabend und das heißt, dass heute der 24. Dezember ist und wir werden das letzte Türchen öffnen, die Nummer 24. Und wir machen hier auf und hier kommt ein Engel raus. Und dann machen wir nochmal das Mario-Brenz-Kalender auf. Und hier kommt auch ein Engel raus. Dann werden wir nochmal den Benis-Maker-Brenz-Kalender öffnen. Und die 24 ist hier. Es scheint etwas Großes zu sein. Und hier kommt ein Schokoladenriegel. Und ja, jetzt ist Weihnachten zu Ende. Also morgen und übermorgen gibt es das noch. Und ja, bis zum nächsten Jahr. Und frohe Weihnachten. Ich ämne noch nicht. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020